Was geht ab? Ich bin Cesar. Ich bin Eudimba. Und unser Song für Köln heißt Rampensau. Rampensau! Es kommt Fett hier auf den Boden, wenn der Karneval beginnt. Deine Häuser sind bemeilt aus Millionen, die dich filmen. Hört Cesar. Warum diese Musik? Es ist einfach ein Teil von mir. Unsere Musik ist einfach ein Teil von uns. Laut, einfangend und bewegend. Wir wollen gewinnen, damit wir einfach ein Vorbild sind für andere und zeigen, sei wie du bist, sei laut wie du bist, sei eine Rampensau. Parti Pianzau.